willkommen zurück bei the walking dead episode 3 so der cover hat luke erwischt und jetzt will das zweite funkgerät ausgehändigt haben und er hat ein countdown gestartet und wir gucken mal was jetzt so passiert oh nein kenny kenny hält den arsch für mich hin oh man das war ja so klar lass kenny in ruhe oh nein shit lass ihn kenny helfen au oh habt ihr sie noch alle oh wie er aussieht der typ ist total durchgeknallt das werden wir noch sehen du wichser do your best with him carlos you need to get him able to move because we're leaving tonight we're leaving tonight bonnie hat sich bis mittlerweile auch schon anders überlegt die hat auch keinen bock mehr hier drauf oh 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 dang it das tat bestimmt weh boah wie geht es eigentlich kenny wo ist denn der was was Oh, ich war Hunger, ich habe Reckless versucht zu holen, und ich bin Kommen. Wir können hier nicht bleiben. Genau. Wir haben keine Ahnung, wie lange Alvin hat, bevor Bill just killt ihn. Wir müssen jetzt gehen. Ich höre, was du sagen, aber es ist Risky. Es ist ziemlich Risky, Leute. Risky? Du hast gesehen, was der Mann gerade gemacht hat? Der Plan funktioniert. Nichts muss sich ändern. Es ist alles fertig. Das ist alles fertig. Der Mann ist verrückt. Nein, wir warten nicht. Wir haben ein Marvisal-Lor-Kinney, jetzt können wir. Wo ist Kinney? Doc ist da, wo sie arbeiten. Ich bin nicht gut. Oh, shit. Das ist das, was ich spreche. Das ist das, was ich zu können. Aber bis er wachsen, wir wissen, ob es kein Schmerz zu sein ist. Oh Mann. Fuck. Okay, look. Maybe I'm just playing devil's advocate here, but if... Dammit, if y'all are serious about going tonight, then we're gonna have to start talking about maybe... Leaving some folks behind. No! There is no other way. This is bullshit. Well, I don't like it either, but guess what? It's where we're at. Kenny and I are only here because of you people, and now you intend to leave us behind. So we should risk all of our lives? What are you saying? Nothing. I'm just thinking out loud here. No, we're not leaving Kenny. That's not fair. We stay together. Life ain't fair, Clem. We're just trying to make the best of a bad situation here. No one wants to leave, can he? Good. Because... You won't have to. Kenny is a badass. Cool. All right, hon. We leave tonight. Plan don't change. Not bad, old man. Thanks, asshole. You are one tough bastard. Do tough bastards get their ass kicked in front of everybody? You all right? That wasn't your fault, okay? So don't go blaming yourself. I'm glad you're okay. Me too. If you can call this, okay? All right. Well then what now? We get the hell out of here. Like now, now. Yes. Where are we going? In case things get squirrely and we gotta make a break for it. We need a place to meet up. We could meet out at Parker's Run. The hell is that? It's a civil war site a few miles north. Tourist trap. Got signs all over. Just follow the road. We stopped there after we escaped the first time. Luke and Carlos know where it is. It's not that far. Well, at least if a few folks know where it's at, It'll be easier to find if we're split up. All right. That works. Then we just need someone to go set off that PA, right? I mean, you never bothered to explain who's supposed to do that. Huh. Ja, wer wohl. Welche Überraschung. Wait, wait, hold on. She's the plan? Let's go. Tja, so wird's gemacht. Be sure to remember to flip the switch for the outdoor speakers. Just the indoor speakers might not draw the herd. It's right on the microphone box. Right. By default it's set to play music. So you should just have to turn it on, right? Then climb back up and drop into the stock room. We'll meet you there. Yep, I got it. Clem, make sure you bring Alvin. Clem, make sure you bring Alvin. Und hoffentlich ist Carver nicht in der Nähe. Was fehlt dann jetzt auch noch? Alvin! Ob er noch lebt? Hoffentlich kommt er jetzt nicht als Walker wieder. Das wäre übel. Alvin? Are... Are you okay? Der will irgendwie nicht aufwachen, der Kuh, der? Na, gucken wir uns erst mal ein bisschen um, ja? Hier ist die PA-Anlage. Ich glaube, hier so gibt's sonst nichts. Ich guck mir das mal an. Okay, now the mic. Oh, oh. Oh, oh. Ah, okay. Da unten liegt einer. Come on, come on. Please work. Genau. This 4th of July, make sure your backyard barbecue is complete with house full line of products to meet your grilling needs. Ah, Bonnie hat das Zeichen gerafft und... Oh, Alvin. Alvin! Are... Are you okay? Viel reden tut er ja nicht. Carver talks, oh, that tough guy shit. Then keeps the tiniest gun in the universe. There's something funny about that. Hahaha. You have the project. Please have the deal. How? Come on. We have to go. I ain't going anywhere. But you are. Gone. I mean to get some payback. No, we're leaving. We're all leaving. I ain't fit to move, kid. I've... I've run out of road. Shit. Let's... No, I'll just go up there and shut that thing off. You gotta get out of here. They'll be here any second. Thank you. You take care of my girls. Thank God. Get the feeling this. It's gonna be a girl. Just a hunch. Go on. Oh, nee. Ah, shit. Aber den hat er wenigstens noch aufgehalten. Von Charcoal-Riquette zu Propane-Jay. Haus hat all you need, to make your day special. Oh. Die Essensglocke hat geläutet. Oh, da ist einer hinter mir. Was ist da unten los? Mal sehen, was jetzt abgeht. Oh, Gott. You want to throw away the life? I'm trying to build for us all. It's fucking fine. You want to run off with this dog shit group of crippled fucks? Then fine. Be my guest. But I will put a bullet in you and... Jawohl. Drauf da. Auf die Fresse kriegst du jetzt aber richtig, du blödes Wichsgesicht. Ohne Waffe hast du nicht mehr so eine große Schnauze, ha? Clem, wo... Warum ist Alvin mit dir? Wo ist er? Alvin! Hat's nicht geschafft. Rebecca, I am... Oh, Gott, I am so sorry. Kill him. Rebecca, Rebecca, sweetie, my God. How did we get here, you and me? This is just a bit of a custody battle we got on our hands here. Shoot him. Come on, let's go. But, but what do we do with... Ja, Kenny hat seine Rache verdient. Go on and wait outside. We have to go. Kenny, please. I only need a minute. Go on. You don't need to see this. That girl's already seen more than you can imagine. Shut your mouth, Bill. You're all just gonna let them do this? Yes. There ain't one part of that son of a bitch I don't hate, but that's just not make it right. I don't want anything to do with this. Look at you, you fucking ingrates. You don't even know how good you got it. That's all right. You'll learn. You're going to go to the slaughter. No shepherd to guide you. Clementine knows exactly what I'm talking about. Come on. Come on, Clem. Wasst du mit dem Mann? Huh? Oh, komm, Clementine! Nicht so gut! Nicht so gut! Weißt du, du willst du den show? Was denkst du, du gehst? Ich weiß dich. Ich weiß, wer du bist. Let's gehen. Ja, gehen wir. Lass die Schiff aus der Penne. Wir sehen, wie lange das dauert. Ich bin da. Du nicht sehen was. Das ist lustig. Ich komme von dir. Wie ist dein Eindruck? Nur mit meiner Sprache. Es wird dich da kommen. Du hast einen dreckigen Schalb, Kenneth. Ich sollte dich dann aus deiner Misere bringen. Jetzt schau dich. Du bist ein Biss. Viel Spaß beim Abkratzen. Kawa. Oh, Mann. Hier draußen geht's aber ab. Das ist nicht der Kenny, den ich da weiß. Ich wünschte... Ich dachte, ich könnte ihn schützen. Ich bin da. 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 Komm, wir haben genug zu überdenken. Mann, wir werden niemals überlegen. Wir werden das nicht durchführen. Du wirst mich nicht? Wenn Klim das zu tun, du wirst. Du wirst. Ich dachte, sie kam aus dem Südland. Sie haben. Sie haben. Wir sehen, wie wir in den Augen. Fuck. Das ist fucked. Hier. Du brauchst etwas. Danke. Oh, oh. Jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen... Mit Eingeweiden einschmieren. Oder du kannst hier sterben. Es ist egal für mich. Wollen nicht. Müssen. Wollen nicht. Müssen. Das ist gross. Oh, shit. Everybody shut the fuck up and get covered. Es wird okay, honey. Just stay still. Uh, are you sure? I'm sure. There's nothing to fear if you remain calm. I'll keep you safe. Hurry the fuck up. Turn around. I'll get your back. I'll get your back. I'll get your back. Was sagst du? Ich habe dir gesagt, ich wollte raus. Du sagst, du würde helfen, dann würde ich helfen. Ich dachte, du würdest raus raus? Nicht, was die Scheiße das ist! Ich habe es gemacht. Aber jetzt können wir gehen. Joy, du kannst mit uns kommen. Was? Wohin, wo würden wir gehen? Gehen wir von hier. Zusammen. Mann, du riechst wirklich schlecht. Du musst einen Bein nehmen, bevor wir... Ha 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 ha! Sau geil! Ok. Schön. Ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Warum nicht ballern die uns nicht ab? Scheiße. Schhhh. Du wirst in Ordnung sein. Ich werde in Ordnung sein. Wir werden in Ordnung sein. Genau, nicht rennen. Ganz ruhig bleiben. Gucken, wo wir hinlaufen. Clementine, komm mit mir. Oh nein. Oh scheiße. Halt die Klappe. Nein. Hör auf da rumzuheulen. Wenn du hier rauskommen willst, musst du cool bleiben. Oh. Wow. Scheiße. Nicht gut, nicht gut. Oh, jetzt steckt die blöde Axt wieder fest. Oh. Na toll, das war's. Vielleicht kann ich hier noch die Hand abhacken. Oder den Arm. Shit. Oh mein Gott. Guck nicht so, lauf. In. Meine Fresse. Wie übel. Das nächste Mal bei The Walking Dead. Sarah's glasses. She's gonna get someone killed. Wenn ich gesagt habe, dass ich die Radio hatte, Carver hätte nicht so... so fischig, zu... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was diese Asswipe hätte dir getan haben. Also, wie sieht es? Ich werde noch immer so schön sein, wenn es das heals ist? Du musst nach dem Walken gehen, ohne alle anderen zu schrauben. Was sollst du machen? Nicht jetzt. Nicht jetzt, darling. Verdammt, woher ist Luke? Sie werden alle sterben, Clementine. Lass sie dich mit ihnen abholen. Das war... Episode 3. Gucken wir uns doch mal wieder die Statistiken an, wie wir uns so entschieden haben. Mitgefühl. Sarah bei der Arbeit geholfen. Du und 47,6% der Spieler haben ihre eigene Arbeit gemacht. Das war also die Minderheit. Vertrauen. Bonnie gegenüber Luke erwähnt. Du und 58,8% der Spieler haben Lukes Anwesenheit verschwiegen. Ja, das ist eindeutig, denke ich. Selbstlosigkeit. Diebstahl des Funkgeräts zugegeben. Du und 67,7% der Spieler haben versucht, den Diebstahl zu vertuschen. Äh, eigentlich habe ich das nicht getan. Aber okay. Okay. Ich wollte ja sagen, dass ich es habe, aber Kenny ist ja dazwischen gegangen. Rache. Zugesehen, wie Kenny Kawa tötet. Du und 55,9% der Spieler sind mit Sarita weggegangen. Ja, ich denke nicht, also, dass ich Klem das unbedingt hätte mit ansehen müssen. Risiko. Saritas Arm abgeschlagen. Du und 58,5% der Spieler haben Saritas Arm abgeschlagen. Ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung, weil gebissen. Ähm, und entweder wäre sie draufgegangen oder sie hat noch eine Chance ohne den Arm. Falls sie nicht verblutet ist. Das wissen wir ja jetzt noch nicht. Das sehen wir dann leider erst morgen in der nächsten Folge. Bis dann!